Hallöchen Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists und wir sollen Michonne zum Governor führen, was auch immer das bedeutet. Ich weiß nicht ob wir ihn töten sollen, also in der Serie wird er getötet, aber ich weiß nicht ob wir das jetzt übernehmen sollen, weil wer macht das in der Serie? Ich glaube nicht unbedingt wir. Ich glaube das macht Andrea oder wie heißt sie? Ach ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch nicht so schlimm, dass ich das jetzt nicht weiß. Auf jeden Fall soll die da hin. Das werden wir heute probieren. Ich werde jetzt erstmal alleine losgehen und einen Weg auskundschaften. Ich will die ganzen Flitze piepen da nicht dabei haben jetzt. Was hat Glenn eigentlich für eine Waffe? Der hat schon so einen. Alles klar, wollte gerade sagen. Ich habe jetzt zwar nochmal einen Baseballschläger aufgesammelt, aber den brauche ich ja dann ehrlich gesagt nicht. Gut, vielleicht finde ich ja auf dem Weg noch eine Stahlplatte. Wenn nicht, kriegt der Glenn halt doch eine Holzrüstung. Wo haben wir es? Wäre geil, wenn es hier ist. Nein. Wäre geil, wenn es hier ist. Warum läuft denn hier eigentlich einer wieder rum? Das ist totaler Quatsch. Der darf da überhaupt nicht rumlaufen. Wahrscheinlich, weil sie jetzt gemerkt haben, dass Michelle weg ist, haben sie die Wachen verstärkt, was ja auch sinnvoll wäre irgendwie. Aber für mich ist das halt einfach ärgerlich. Na ja, gut. Ist egal. Wissen wir was? Ich klopp den mal kurz kaputt. Da oben ist schon wieder auch noch einer. So, tot. Der kommt zwar als Zombie wieder, aber die sind mir lieber. Ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Was bist du für einer? Ah, der war nicht ganz ohne. Fuck. Ich glaube, dass das Zombie-Meter hier in diesem Level nicht für die Zombies spricht, sondern für die Leute vom Governor kann das sein, weil das sind plötzlich viel mehr als vorher. Vor allem hier hatte ich ja alles schon quasi gesäubert. Perfekt, hier ist eine Stahlplatte. Ich hoffe, dass ich da nicht noch mehr über den Weg laufen werde. Ah, da ist einer. Der hat eine Pistole. Ich habe aber nur noch eine Kugel. Da ist auch noch einer mit einer Pistole. Jetzt übertreiben sie aber. Da ist auch noch einer mit einer Pistole. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, dass da so viele Pistolen sind. Fuck, was mache ich da? Ich könnte jetzt mein Gewehr auspacken, aber ganz ehrlich, die Munition wollte ich mal eigentlich sparen. Ich gehe mal außen rum und gucke mal, ob da noch ein Weg ist. Ich darf aber natürlich nicht drauf gehen, das wäre schlecht. Da ist noch ein Schreibtisch, den gucken wir uns mal schnell an. Perfekt, noch Klebeband. Klebeband ist wie gesagt immer gut, immer schön mitnehmen. Vielleicht haben wir hier irgendwo eine Außenwand, wo wir uns einfach reinhacken können. Das wäre halt perfekt. Dann würden wir alle bösen Buben umgehen. Könnten mich alle mal gern haben. Dann hätten wir wenigstens nicht so viel Risiko, bevor wir bei dem ins Haus latschen. Ach, da ist eine goldene Uhr und die Nägel nehmen wir mal auf, vorsichtshalber mit. Falls wir noch einen Baseballschläger oder sowas brauchen. Ich weiß nicht, ob wir hier noch einen Typen dazu bekommen, aber sicher ist sicher. So, das hier ist das Gebäude, wo der Governor drin ist. Das sieht mir aber verdammt nach dickem Beton aus. Eventuell könnte man hier reinkommen. Ich habe jetzt dummerweise keinen Meißel dabei, aber wir könnten uns auch hier durch den Zaun mal durchschneiden. Gut, ich gehe Werkzeug holen. Ich gehe noch kurz um das Haus drum rum. Ich will mal kurz schauen, was da noch so ist. Hier könnte man wahrscheinlich auch noch rein. Ja, das wird schon gehen. Ich denke, das wird gehen. Hier rollen wir mal die Zombies alle aus dem Weg. Jetzt habe ich auf dem Rückweg keinem Zombie und keinem Typ mit einer Pistole begegnen, sonst bin ich sofort hinüber. Ich hoffe, ich habe überhaupt noch genug Werkzeug. Das wäre jetzt ärgerlich. So kurz vorm Ziel. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass wir eventuell diese oder die nächste Folge mit dem Level durch sind. Wollen wir das doch noch am Schreibtisch, dann gehe ich mal kurz reingucken. Immerhin Meißel, dann nehme ich lieber den Meißel mit anstatt die Nägel. Von dem werde ich jetzt momentan wahrscheinlich etwas mehr haben. Hier, ne, hier war ich schon. Da war ich schon vorbeigelaufen, das weiß ich. Bitte kommen mir jetzt keiner entgegen. Ich habe nur 15 Lebensenergie. Gut, also fangen wir mal an. Ich stelle erstmal Glenn kurz die Rüstung her. Und drücke sie ihm in die Hand. Da ist noch ein Meißel. Ah, perfekt, da sind noch mehr Meißel. Wer wollte denn die goldene Uhr haben? Ich glaube, Martinez. Oh, wie sie alle schön auf einer Reihe sitzen. So, Glenn. Du kriegst die Rüstung noch. Und Martinez bekommt, ne, nach Glenn wollte die. Sehr gut. Gut, 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 gut. Dann nehme ich jetzt zusätzlich noch Zange mit. Noch einen Meißel. Ich habe gesagt, noch einen Meißel. Aber der hat nur 67%. Dann nehme ich lieber den hier mit. Der hat 100. Und mache mich kurz auf den Weg. Bitte kommen mir keiner entgegen. Glück gehabt. Aber ich wette, man kann die Mauer oben nicht kaputt machen. Also die Betonmauer auf keinen Fall. Die sieht so richtig massiv aus. Und es wäre ganz schön krass, wenn wir in seinen Geheimraum quasi ein Loch von außen rein prügeln könnten. Der Raum ist ein bisschen creepy. Da sind halt so Aquarien, wo abgeschnittene Köpfe drin schwimmen von seinen Opfern. Das ist schon ein bisschen eklig. Auch in der Serie. Okay, also wie ihr seht, Rot geht nicht. Grün geht. Ja, da würde ich sagen, hauen wir hier ein Loch rein. Richtig lustig wäre es, wenn ich irgendwie ein paar Zombies da reinschleusen könnte. Die uns einfach die Arbeit abnehmen. Vielleicht kann ich ja auch einzeln die Leute da rausziehen. Das wäre noch praktischer. So. Also Loch haben wir. Eins, zwei, drei. Leute sind da drin. Ich kann überlegen, ob ich einfach mich schon mal mit einem anlege. Tja, ich habe ein Gewehr, das auf ziemlich weiter Entfernung schießen kann, mein Freund. Du nicht. Hihi, das hat funktioniert. Ich finde es gut. Ich finde es super. Den Meißel brauchen wir nicht mehr. Dafür haben wir jetzt eine Pistole mit neun Schuss. Ist das eine modifizierte Pistole? Ne. Die normalen Pistolen haben immer nur sechs Schuss. Ich warte jetzt mal. Ich weiß nicht, ob... Boah, ich bin gerade drauf und dran, da einfach reinzugehen, ey. Ne, ich soll ja mich schon dahin bringen. Ich versuche die jetzt mal umzulegen da unten. Komm mal mit. So. Das Ding ist leer. Und der nächste ist tot. Dann würde ich mal sagen, eine Pistole behalte ich nur noch für einen von meinen Jungs. Aber ich gehe mal kurz den Zombie hier... Ups. Den Zombie da unten erledigen. Weil die wachen ja alle als Zombies wieder auf. Das ist ja leider die Krux on the Walking Dead. Die Leute kommen ja immer wieder. So. Da unten müsste noch irgendwo einer sein, glaube ich. Guck mal, jetzt looten wir aber erstmal den... Ihre Schreibtische. Ich hoffe, dass die irgendwas Cooles haben. Aber... Sieh mal einer an. Der blaue Kack-Schlüssel. Den nehmen wir mal mit. Jetzt können wir uns überall Sachen beschaffen, rein theoretisch. Aber eigentlich brauche ich es nicht mehr. Eigentlich sind wir mit dem Level ziemlich durch. Deswegen hole ich jetzt Michonne. Michonne. Und dann machen wir dem Governor mal ein paar Beine. Ich bin mal gespannt, was man dann sehen wird. Weil ich schätze mal, wenn wir Michonne in diesen Raum führen, wird eine Cutscene kommen. Und dann, keine Ahnung, wird sie den halt irgendwie mit ihrem Katana enthaupten durchbohren. Keine Ahnung, irgend sowas in die Richtung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt heute schon mache. Ich würde gerne den Fortschritt safen, weil ich nicht weiß, was passieren wird. Ach komm, wir gehen Risiko. Ein Risiko ein. Dann wird es ein bisschen spannender. Außer die Pennen halt alle schon. Aber komm mal mit. Moment, du kriegst noch eine Pistole. Ich nehme jetzt das ganze Rudel mit. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das ganze Rudel mitzunehmen. Aber wir machen es einfach mal. Aber du kriegst auch noch eine Knarre. Nee, du hast schon eine Knarre. Nee, das war mich schon. Na gut, du kriegst halt nur einen Schuss. Aber ist besser als nix. Den Martinez holen wir jetzt auch noch. Und dann räumen wir denen mal die Bude aus. Digga, hier wird nicht gepennt. Hier wird mitgekommen. Ich bin jetzt echt ein bisschen angespannt gerade. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich werde jetzt noch zu dem Shoptypen gehen und mir hoffentlich Munition kaufen. Ich weiß nicht. Kommt natürlich drauf an, ob er welche hat oder nicht. Man weiß es ja vorher nie, was der zu verkaufen hat. Perfekt. Damit wird jetzt das MG nochmal aufmunitioniert. Und jetzt wird es spannend, liebe Freunde. Hoffentlich erschießen Glenn und Martinez nicht einfach den Governor sofort, wenn sie ihn sehen. Aber ich glaube, das Spiel wird das verhindern mit seiner Mechanik. Der Governor läuft immer noch in seinem Räumchen rum. Umso besser. Guten Tag, lieber Governor. Also, Gönner, Gönner, zuerst die Zange, dann ein Hammer, Acetylen-Brenner. Okay, du hast den jetzt umgebracht. Ich würde da gerne reingehen und mir die Sachen holen. Suche ein Fluchtweg aus Woodbury. Ach, verdammt. Sind wir sonst tatsächlich noch hier rumschlagen? Ja, ich würde mal sagen, warte mal. Liegt da irgendwo der Zombie noch rum? Scheiße. Ich hatte doch dem einen Zombie meine Zange gegeben. Dann nehme ich einfach die so lange. Kommen wir hier raus? Sieht fast so aus. Komm schon. Zeige langt genau. Ja, sieht gut aus, ne? Rick Glenn, Martinez verlassen Woodbury und machen sich auf den Weg zum Gefängnis. Nicht viel später tauchen der Governor und seine Handlange mit ihrem Panzervorzeug. Irgendwann im Gefängnis auf, um Rick und die Gruppe zu vertreiben. Hä? Ich habe gedacht, der wäre jetzt tot der Gorbener. Na gut, dann war es wohl nicht so. Da sind sie. Tötet sie alle. Ach, die haben einen Panzer. Einen richtigen Panzer. Das war aber nicht so gut. Und die Armen müssen einfach zugucken dabei. Während eines, äh, während des Angriff des Governors werden Rick und Karl im Verlauf des Gemetzels vom Rest der Gruppe getrennt. Sehr gut. Du hast überlebt. Gesamtpunktzahl. Spielerwert. Na, komm, ein bisschen schneller. Ich will die Gesamtpunktzahl sehen. Der letzte Überlebende. Ja gut. Ein paar Mal sind sie down gegangen. Und wir haben keinen Stern bekommen. Ah doch. Immerhin. Einen Stern. War doch jetzt gar nicht so schlecht, würde ich mal behaupten, oder? Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal Alexandria an. Kenne ich persönlich noch nicht, aber werden wir schon noch kennenlernen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüssi. Tschüssi.